Der Tod braucht keine Winterstiefel. Von Susanne Hanniker. Es liest Yara Blümel. Die Welt schien über Nacht grau-braun geworden zu sein. Ein lang anhaltender Regen hatte die Stellplätze auf meinem Campingplatz mit Wasser getränkt und aufgeweicht. Und dort, wo er ein Wohnmobil gewendet hatte, war der Stellplatz schlammig aufgewühlt. Mir kam es so vor, als würden die drei Birken bei Hetzeneggers ihre kahlen Äste mit bitterer Mine in den grauen Himmel recken. Von einer gemütlichen Adventszeit waren wir etwa so weit entfernt wie ein THW-Einsatz bei Hochwasser von einem Karibikurlaub. Ohne meine Hunde hätte ich mich jetzt auf dem Sofa eingeigelt und darauf gewartet, dass mein Freund Jonas aus Regensburg von seiner Arbeit beim Mordkommissariat zurück nach Hause kam. Aber es half nichts. Die Hunde mussten raus. Ich blieb eine Weile vor der Garderobe stehen und überlegte, was ich anziehen sollte. Ich entschied mich für den gelben Ostfriesen-Nerz von Nonna, der mir etwas kurz war. Den Schal, den mir die Schmidt Kunst gestrickt hatte, knallrot und knallorange gestreift, dass man mich sogar in der Nacht hätte leuchten sehen können. Und dazu meine neue schwarze Mütze, bei der man meinte, ich hätte eine Perücke auf, weil sich auf ihr oben wuscheliges rotes Kunsthaar kräuselte. Eigentlich war sie ein Geschenk an den Schmidt Kunst gewesen, von irgendwelchen verrückten Verwandten, wie es die Schmidt Kunst formulierte. Er selbst hatte sich aber geweigert, sie zu tragen. Ich hatte sie gerne übernommen, weil ich grundsätzlich outfitmäßig wenig Charme kannte. Jedenfalls auf meinen Hunde- oder Campingplatzrunden. Der Hetzenegger musste immer lachen, wenn er mich sah und gedachte, sich auch so eine Mütze zu kaufen. Schließlich fehlte es ihm an Haupthaar. Ich hielt Milo die Tür länger offen als gewöhnlich. Er blieb mitten auf der Schwelle stehen und schien gründlich zu evaluieren, ob das da draußen schon Regen war oder doch nur sehr feuchter Nebel. Na komm schon, sagte ich lockend. Das hatte er bestimmt nicht gehört, weil er ziemlich schwerhörig war, aber er folgte mir dann doch. Oder vielleicht auch nur seinen Damen Lola und Klärchen, die schon längst außer Sichtweite waren. Ich ging im gemäßigten Tempo Richtung Klohäusel. Auf den Stellplätzen direkt gegenüber arbeiteten der Hetzenegger, der Sepp, der war mein Mädchen für alles, und Sepp Zwo, ein etwa 60-jähriger Bauer, der uns gerade half, die Bretterbuden aufzubauen. Alle trugen wasserdichte Jacken und hatten die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Neben ihnen stand Eveline, genau wie ich, in einem quietschgelben Gummi-Outfit und erläuterte trotz des Wetters sehr fidel und motiviert, wohin sie die Fässer stellen würde, auf denen man dann seine Glühweinbecher abstellen konnte. Die müsstest du mit Alex holen, er braucht Hilfe, teilte sie mir mit, und bevor ich meine Einwände hervorbringen konnte, sagte sie, er hat vier Tonnen, die er bei seinem letzten Outdoor-Event benutzt hat, und würde sie uns für die Adventszeit leihen. Für die Weihnachtsfeiertage und Silvester brauchte sie dann allerdings selbst wieder. Aber das ist auch nicht so schlimm, bist du auch noch mit den Adventsmarkt eh wieder abgebaut. Ich vergrub meine Hände tief in den Jackentaschen. Mein Gesicht war komplett nass, obwohl es gerade nicht wirklich regnete, sondern nur große Nebeltropfen in der Luft zu schweben schienen. Da kommt dann das zweite Höschen hin, erklärte Eveline mir. Kunstgegenstände zum Verkauf. Ich kramte ein Taschentuch heraus und schnäuzte mich. Sepp Zwo hatte eine knallrote Birne, entweder alkoholbedingt oder blutdruckmäßig, und der Hetzenegger sah neben ihm aus wie ein schlanker Jüngling, obwohl er auch einen ganz schönen Ranzen hatte, wie seine Frau Froni spitz anzumerken pflegte. Ich würde vorschlagen, wir eröffnen schon am Donnerstag unseren kleinen Adventsmarkt, schlug Eveline mir vor. Ich dachte, du willst nur am Wochenende öffnen, fragte ich nach. Ja, dachte ich erst auch, aber es haben sich ja schon einige Leute angemeldet und die würden schon gern am Donnerstag starten. Eveline hatte die Idee gehabt, dieses Jahr Adventscampen anzubieten, sogar samt Eselwanderung für die Kleinen. Den Esel hatten wir noch nicht, aber es waren schon vier Familien mit kleinen Kindern da, die sehnsüchtig darauf warteten. Es ist ja noch nicht einmal der 1. Dezember, sagte Eveline kopfschüttelnd. Milo schlurfte an mir vorbei Richtung See. Meine beiden anderen Hunde waren schon nicht mehr zu sehen. Und wenn die Jagdbar nicht bald in Stand gesetzt ist, flippig aus, flüsterte Eveline, aber Sepp Zwo hatte gute Ohren. Spätestens am Wochenende, sagte er. Dann ist ja gut, erwiderte Eveline spitz. Mit einem Wasserschaden ist nicht zu spaßen, merkte der Hetzenegger an und bückte sich nach einem heruntergefallenen Nagel. Mit rauchenden Jägern in meinem schönen Café Arnett, merkte Eveline genervt an. Und da, wenn sie auf die Terrasse gehen, überall liegt die Asche herum. Bevor es zwischen Sepp Zwo und Eveline eskalieren konnte, hörte ich aggressives Hundegebell, als würden sich zwei geifernde Rüden angreifen. Die geifernden Rüden waren Milo und Fertl, der Hund von Corinna Klein. Sie war seit zwei Tagen mit einem uralten VW-Bus hier, der beladen war mit Kisten voller selbsthergestellter, bunter Glastierchen. Sie war eine der KünstlerInnen, die auf dem Adventsmarkt ausstellen durften. Bleib da, befahl Eveline. Milo regelt es schon. Darauf wollte ich mich nicht verlassen. Corinna traute sich nicht, den Streit der zwei großen Rüden zu schlichten, und so war ich es, die Schluss brüllte, so laut ich konnte. Erstaunlicherweise beendete das Ding Konflikt schneller als gedacht. Ich packte Milo, der mit seinen aufgestellten Nackenhaaren wie ein Bär aussah, und Corinna ihren Fertl, der eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Milo hatte, allerdings um Jahre jünger. Entschuldigung, murmelte Corinna. Ich wollte eigentlich nur fragen, wann das mit dem Aufbau stattfindet. Morgen, antwortete Eveline. Bis jetzt sind die Buden noch nicht fertig. Ab morgen soll es erkälter werden, dann stehen wir nicht so im Matsch. Corinna zerrte ihren Hund von uns weg, weil Milo noch immer höchst aggressiv grollte. Ich hatte meinen uralten Hund die letzten Wochen bereits mit einer Pfote im Grab gesehen, aber der Viertel hatte Milo quasi von den Toten erweckt. Milo wirkte um Jahre jünger und war hochmotiviert, unseren Campingplatz vor dem in seinen Augen blöden Köter zu verteidigen. In die Stille hineinfluchte Sepp Zwo, weil er sich mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen hatte. Gleichzeitig fragte Eveline erstaunt, was macht die denn da? Als sie bei der Schranke zum Campingplatz eine Frau entdeckte. Ich folgte Evelines Blick. Am Hirschgründer See gab es zwei Campingplätze. Meinen, der natürlich der schönste Campingplatz auf der ganzen Welt war, mit den allernettesten Campern und dann noch den der Stegelmeiers. Den gab es noch nicht so lange wie meinen, denn der Stegelmeier war erst durch Nonners Campingplatz überhaupt auf die Idee gekommen, einen zu eröffnen. Inzwischen hatte er ganz außergewöhnliche Toilettenanlagen, nämlich in Form eines Piratenschiffes und man konnte sich, um Eveline zu zitieren, beim scheißen Vogelstimmen anhören. Die Stegelmeiers und ich existierten nebeneinander her. Nachdem das eine oder andere vorgefallen war, gingen wir uns inzwischen eher aus dem Weg. Es war die Mutter vom Stegelmeier, also Frau Stegelmeier Senior, die wir an der Schranke erblickten. Sie hatte in den letzten Jahren ziemlich abgebaut. Mit ihrem klobigen, altertümlichen Gewagerl rackerte sie sich durch die Pfützen ab bis zur Rezeptionstür. Dort rumpelte sie ein paar Mal mit ihrem Gefährt gegen die Tür. Dann hatte sie es geschafft und verschwand im Haus. Ich ließ Milo wieder los und der pinkelte straks gegen einen Johannesbärbusch, was eigentlich streng verboten war. Aber ich war zu abgelenkt, um das zu monieren. Nun gut, die Hunderunde konnte ich mir jetzt sparen. Hätte ich noch nicht zugestimmt, dass die Jäger im Café ihre Jahresabschlusssitzung machen können, murrte Eveline, als wir zur Rezeption stiefelten. Sind ja bald weg, tröstete ich sie. Was Frau Stegelmeier wohl will? In der Rezeption saß Frau Stegelmeier hinter dem Tresen und studierte eine alte Liste mit der Campingplatzbelegung. Ihre Jacke hatte sie ordentlich aufgehängt. Hallo, sagte ich in fragendem Tonfall. Sie können sich einfach einen Platz aussuchen, sagte die Stegelmeier freundlich. Ich öffnete den Mund und schloss ihn wieder ratlos. Ah ja. Vielen Dank.